Okay, nächste Situation. Was haben wir denn da? Die Geisel wird an einem abgelegenen Ort voller Feinde festgehalten. Viele wurden mit Bombenwesten ausgerüstet. Oh Gott. In der Hütte Nester mit Nitro-Handys platziert. Oh mein Gott. Thatchers EMB-Granaten deaktivieren elektronische Zünder und verhindern eine Kettenreaktion der Sprengladungen. Ah. Ich habe das Gefühl, ich bin besser, irgendwo reinzukommen, als irgendwas zu verteidigen. Aber ich kann mich auch irren. Ich muss erst mal schauen, ob hier irgendwo einer rumrennt. Den ich vielleicht den ersten Blick übersehen könnte. Ich höre nämlich auf jeden Fall was. Aber da oben ist fast offen. Ich müsste das Seil, was ist hier? Ich müsste das Seil benutzen, aber das funktioniert jetzt hier gerade nicht so gut. Ja gut. Warum auch einen Schalldämpfer benutzen. Alter. Alter. Der hat sich selbst. Okay. Okay. Nichts passiert. Bis jetzt. Bis jetzt. Das wäre vielleicht auch mal gut, wenn ich eine Waffe hätte, die einen Schalldämpfer hätte, Jungs. Wie wäre denn das, hm? Wäre eine super Idee, meint ihr nicht auch hier Knallköpfe? Na klar, so kommt man natürlich direkt rein, aber... Ob ich das auf dem Weg so möchte? Wo? Oh Gott. Ich bin blind. Du Dreck-Sau. Okay. Also drinnen bin ich schon mal. Bis jetzt ist auch noch nix passiert. Da hinten sind Bomben. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich halt auch. Auch gut. Ähm. Ja. Die Bomben versuche ich erstmal zu ignorieren. Oh Gott. Was bin ich so relativ. Ah ja, ich wette, da ist die Geisel drin, denn das hier ist besonders gut abgesichert. Interessant. Wie werfe ich diese lustige Granate? G ist die Matte, 6 ist dies, B ist das. Ah, okay, ich habe auch eine Pistole mit Scheidung. Das ist ja interessant. Was ist 6? Das müsste ich langsam mal gelernt haben. 7, 8, 9, nix, 3, nein, 4. Okay, da kommt man theoretisch raus. Interessant. Nein, nicht 5, weg. So. Oh Gott. Das war uncool. Wenn ich jetzt erschieße, ist Feierabend. Da kommt man nicht durch. Da ist eine Tür. Wir bewegen uns. Wir haben die Geisel. Sofort zum Evakuierungspunkt eskortieren. Feinde nähern sich. Die Geisel absichern. Die Geisel frei. Die Geisel sichern. Geisel durch Fragsy Fire verletzt. Sofort stabilisieren. Eigener Druck neutralisiert. Jan. Das, äh, das, äh. War nicht so geil. Geisel entdeckt. Zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Ich sollte vielleicht mal mit der Pistole versuchen, die Leute auszuschalten. Ich werde jetzt, genau, ich werde jetzt mal versuchen, hier aus, ich habe ja schon ein paar Leute gesehen. Die versuche ich jetzt mal auszuschalten. Okay. Äh, das könnte aber natürlich schwierig werden. Ich kann auch irgendwie hier das Haus gar nicht hochklettern. Das ist schon sehr nervig. Ich weiß nicht, dass井 viel leid hat. Ich kann auch nichtร remetzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich hier vor Trumpf не kopen oportun. Ich weiß nicht, dass wir hier nicht versammeln. Nein, ich weiß nicht. Ja, ich sehe nicht. Hätten wir ja schon mal eine Tür aufgenommen. Wo war das? Oh mein Gott. Na gut, jetzt bin ich ja eh schon tot. Ich eh schon so gut wie tot bin. Kann ich auch einfach hier reinrennen. So. Okay. 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 Den habe ich erwischt Die Sau hole ich mir jetzt auch Habe ich Gut Den habe ich auch erwischt Was war das Oh fuck das war die Geisel Oh ich habe gar keine Schuss mehr interessant Oh Gott Das war eklig Oh Oh Aaaaaaah